Das ist besser als jeder Kinofilm, muss ich nur sagen. Herzlich Willkommen zu TTT2 Wir spielen, weil wir wollen, wir spielen mit noch mehr Rollen TTT2, TTT2 Viel mehr Chaos, nicht mehr Skill, jeder kriegt mal einen Kill Sei dabei bei TTT2, ja! So, ich möchte jetzt eine neue Person hier mal willkommen heißen Papyrus, den Rest kann seinen Namen lesen Stammst du aus dem antiken Zeitalter? Oh, Kluge Alter, das ist doch Kluge Alter, ist das dunkel Das ist Kluge So, dieser Sänger Ja, das ist Kluge So Das ist die Dings-Map Wir sind zusammen, Kluge Das ist auch ein Kluge Läuft da für ein Lied? Läuft da noch mal Waffen? Kluge Warte, warte, warte Kluge 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 Was geschieht hier? Ich war nur verliebt! WTF? Ich war so verloben, Alter! Das MG hat halt so krass verfehlt! Cupid ist ja voll funny! Der Sniffer ist ja so komisch, Alter! Du hast dich ja gesehen mit der Leiche, weißt du? Und ich dachte so, oh oh! Jungs, das war so dumm! Ich hab mich viel gefühlt wie bei Blau und Schlau, ey! Ich hab mich dann selbst getötet, weil... Ich glaub, es war der uns nicht vorgesehen, dass ein Lieben da alleine ist, weil wenn der alle anderen tötet, gewinnt der wie so Seriengründe. Ja, ich hab mich immerhin selbst getötet. Achtet diese Runde auf schwarzen Rauch! Das war besser als jeden Kino-Film, muss ich dir sagen. Du kannst auf jeden Fall von Traitern, die tot sind, die Punkte aufheben, das auf jeden Fall. War ein Zuckerflicht. Ja, ich muss grad die Leute lauter stellen. C4 in Gang 3. Aber ich hab ja schon den Tipp gegeben, den Brauch, ne? Was? Hier ist echt ein guter Raum für C4! Ja, das war die Runde für... Werdes Licht ausgemacht! Sorry, sorry, sorry! Lukas, lass das Licht aus, wir müssen Strom sparen! Okay, verdammt! In solchen Zeiten... Oh nein! Ich war's doch nicht! Hallo, ey! Was ist das? Es brennt! Oh, da war der Mind-Türtel! C4! 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 Ich hab's mal schossen! Oder mit drauf geschossen! Ah, Julian! Hat jetzt gerade der Schalter sein... Der war Drunk! Ja, okay! Das muss ich auch verheißen! Wait, wait, wait! Aktuell! Also wenn Drunk, nicht einen anderen Drunk killt, dann wird der jetzt entweder... Nein! Wer auch immer Drunk war, muss jetzt böse sein! Aber Crush, der ist doch gestorben! Oh Gott, der Koppelzug! Oh, Thomas! Wow! Julian! Wow! Oh mein... Julian, das ist... Nein! Julian, das ist... Ich bin Chichidami, du Arschloch! Chichidagostino! Und ich hab' dich gerecht! Nein, ich muss doch noch... Nein! F***! Ich hab' mich ja gehabt, Bruder! Ich bin doch nicht... F***! Oh, ich find' den Weg nicht... Ich wollte auch ein bisschen mitballern, aber ich hab' den Weg nicht gewonnen! Ich hab' mich jetzt sogar angeteafst, dass ich mich nicht töten soll! Ich hab's einfach nur meinen Kopf getan! Ich stehe neben dem, ob es der Thomas sagt! Wichtige Frage! Wichtige Frage! Alter, ich kann's auch mal im Kopf aufhören, um zu stehen! Haben wir einen Chester? Es ist dunkel! Warte, warte, warte! Äh, ja! Es gibt einen Chester! Es gibt einen Chester! Ich bin's nicht! Wer ist der Chester? Kannst du mir bitte irgendjemand sagen? Ich muss... Ja, wer ist der Chester? In der Mitte... In der Mitte der Map steht mein Proof, dass ich Good Guy bin! Was ist denn das? Das ist ein Anker... Oh! Okay! Lass mein Anker in Ruhe! Kann ich jetzt ja stürmen? Ich knall euch ab, wer den Anker... Ich knall euch ab! Oh mein Gott! Die Pralter! Zwei Granaten sind da geflogen! Oh mein Gott! Noch ein Leiche? Kann man den wegschießen, den Anker? Oh! Alter, jetzt ist noch jemand gestorben! Ähm... Tobi? Was? Ich glaub, es war Tobi! Ja, es war Tobi! Ja, es war Tobi! Ja, genau! Ich hab nur von meiner Fresse sterben sehen und Tobi war dahinter! Julian ist es! Julian ist es! Julian ist es! Er hat meinen Anker genommen! Warte! Warte! Der Respond! Der Respond beim Anker! Der Respond beim Anker! Der Respond beim Anker! Cap den! Cap den! Wo ist der Chester jetzt? Ich... Ich sehe nix! Scheiße! Ich dachte... Ich hätt's nicht kaputt gemacht! Ich dachte, ich krieg meine Rolle zurück von vorher! Ich war der Dude, der neue Traitor schaffen kann! Weil das wollte ich unbedingt gut haben! Ah! Nee, nee! Einmal Grafrober, immer Grafrober! Dammit! Ich wollte nicht weg, wenn Frost hat, ey! Er... Er... Er tut einfach den übelsten Mon-Aus-Kill! Ich hätt's was... Geh, man! Geh! So crazy, Tobi! Respekt! Das war echt... Ich wollte fragen, warum ich sehe, dass Bernie Chester ist! Tada! Mann! Bernie war Chester! Ey, das Ding ist sicher nicht die Rolle! Ich hatte äh... Clair... Void... Keine Ahnung! Clairvoyance! Und dann kurz gesagt, wenn ich Chester töte, ist er mein Side-Check! Apropos Clairvoyance! Wisst ihr wer Clairvoyance ist? Hallo! Geil! Sooo... Und zwar... Wir haben keinen Chester! Wir haben keinen Chester! Wir haben keinen Chester! Und... Ähm... Wir haben Chester! Wir haben Chester! Stimmt! Stimmt! Hast recht! Aber was ich nochmal sagen wollte, äh... Es gibt... Alle haben ne special Rolle, ja! Nein, 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 nein! Wie geht das denn? Hä? Ich bin Innocent! Ich bin Shishigami! Ich bin Shishigami! Wenn du tot bist, kommst du für 20 Sekunden zurück und beträgt dich schnell aus dem Messer! Du kannst Leute töten, die ich geh töten muss! Mann! Schauen, ob's hier... Ey! Es geht kein... Warte! Tobi ist es! Es ist Tobi! Es ist Erschiester auf alle! Tobi! Tobi schießt auf alle! Er ist Chester! Ihr könnt doch Chester sein! Ja sag ich, er ist Chester! Ja, ja, es ist... Wieso tötet ihr ihn? Hä? Oben! Obenrecht! Und dann hast du keinen Chester haben? Doch! Der stand Chester! Scheiße! Ich hab doch gesagt, Tobi macht Schaden! Ich mach keinen Schaden! Er hat uns ins Magazin und sich leer gewarnt. Wir alle haben eine Special-Rolle übrigens gehabt. Ich war Innocent. Ja, es ist immer eine Special-Rolle. Immer. Ich hasse euch alle. Das ist so eine Schreck. Es gibt vielleicht normale Traitor, aber keinen normalen Innocent. Ja, natürlich. Traitor werden auch irgendwann mal zum irgendwas anders. Glaube ich, oder nicht? Traitor wird auch mal groß. Das könnte die einzige Rolle sein, also ich glaube, wenn man sieht als hier Dings, dass es irgendwen gibt, der nicht lila ist, dann muss der ein normaler Traitor sein. Glaube ich. Deswegen bleibe ich dabei, dass der, der Detective ist, immer nach rechts oben schaut und sagt, ob es einen Chester gibt. Ja. Weil sonst seht wieder das die Letzte raus. Du siehst nur den... Ne, es sind alle, aber der kann es dir sagen, oder warum nicht? Können normale Traitor auch Shichigami werden, vielleicht? Shichigami. 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 Ein Pferd! 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 Das ist ein Shinigami. Ja, es ist ein Shinigami. Oh mein Gott, ist es Blue? Shinigami, stimmt nicht. Warum sag ich jetzt das Shichigami? Nein. Kein Grund, Angst zu haben. Shichigami. Shichigami. Was heißt denn Shichigami? Voll guter, Gami. Aber klingt guter. Wir sollten Shichigami nennen. Ich bin Shichigami auch nennen. Ich bin Shichigami auch nennen. Lecker. Shichigami. Ich bin für Shichigami. Kann ich auf Shichigami? Shichigami, er schießt mich endlich, ich kann das nicht mehr. Wo ist Blue? Wo ist Blue? Er schießt Shinigami. Wo ist Blue? Er schießt Shinigami. Blue, da bei die, da bei dein. Uh. Leute, wenn ihr sterbt, schreibt eure Sachen ins Chat. Wie geht der Chat überhaupt? Und auf wer euer Leben beendet hat. Und achtet auf Rauch. Ja. Wie geht der Chat? Ha. Y-Klon. Hallo. Dann Z. Nein. Dann Enter. Ich hab's auf Enter. Dann Alt-F4. Lass die Karte hochjagen. Ja mach ich, bin dabei. Ja Jony, nicht töten. Also die im Stallbots schon aufgenommen. Da kommen wir mal in den Shopkin. Ich hab alle sechs. Warte, waren sie? Ja? Hier sind sechs. Sind Sie ready? Ja. Was passiert hier? Wie warum? Jetzt gleich kommt Feuer. Ähm, Shoovie? Komm der Drache. Shoovie, dann Shoovie. Ja, mit Shoovie. Shoovie, tschuu, tschu, tschu, tschu. Woah! Meine Fresse. Ich kann nicht lenken, ey man, wenn ich Gold töten würde, das geht einfach gar nicht. Wie? Wer war das? Lukas, bist du? Oh, der ist jemand gestor- hä? Oh Gott! Oh nein, ich nehm noch eine! Der ist da hinten, aber... Bist du's? Ne, ja du bist... Ah! Bing, 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 bong! So, Tobi's Reb, ist so ganz schön ruhig hier. Ah, hier. Ich weiß nicht nur was ich hier mach, ich schüttle gar nicht Kaffee in meine... ...komm dir nicht. Okay. Kotz... ...kiss! Oh Gott! Ist irgendwer nicht von Schumi gedötet worden bisher? Ja, ich wurd von... von Korn getötet. O Gott! Ist irgendwer nicht von Schumi gedötet worden bisher? Ich hab Bullshit voll. Ich hab Bullshit voll. Alter. 6 kills ist echt heftig. Ich würd meine Rolle ganz einfach halten. Ja, wobei auf der anderen Seite meines News ist. Kannst mir auch definitiv viel machen. Bin ich auch fein. Einen Chat schreibt eh keiner. Ich hab das Gefühl, dass es mich gibt. Was ist das denn? Guck mal da oben drauf. Auf diesen Balken. Wie komm ich hier rein? Guck dir die an, wie die ausschauen. Da oben? Ich war noch nicht mal in diesem Gebäude bisher drin. Wie kommt denn da rein? Achso, man kann einfach nur auch keinen. Nett hier. Mia san mia. Mach die Sniper Rifle eigentlich One-Head. Wenn du zielst. Was am Kopf? Ja. Ja, komm immer ja. Aber das Pferd stirbt nicht bei Headshots mit der Rifle. Das ist meine Putze. Was macht der Beacon? Der zeigt an, dass da Leute da rumlaufen. In Dachgeschosswohnungen hab ich recht. Ich bin in dem Dachgeschoss gerade. Ja, das ist meine Frau. Ist das wirklich deine Putze eins zu eins? Äh, ich mein, akkurat ist es. AUTO! Junge, das ist... What the fuck? Ich hab damit nichts zu tun. Ich schwöre es. Ich hab nur die Grapa gesehen. Ah, nee, raus. Chess, 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 Chess! Äh, es gibt eine... Fuck off! Oh mein Gott! Ich bin Indu, ich bin clever, Jens. Sonst gibt nichts Neues zu erzählen. Und es gibt keinen Scheesser. Bei mir ist brennweilig. Ich bin fucking innocent. Vielleicht bist du Shinigami. Ziemlich hohe Chance zu Shinigami. Nein, ich bin innocent. Nein, ich bin eng. Ich bin innocent. Ich weiß nicht, dass du Shinigami... Aua, aua. So viele Leichen! Was ist der Tod? Der schritt den Rauch, äh, dieses Feuer mit Rauch. Did you? Oh nein! Irgendwie schreit hier so rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Contract ist gone. Ich hab jetzt Bock auf einen Rewe-Makaroni-Auflauf. Ah, crazy! Ich hab dich okay. Ach, war der Makaroni-Maube. Macaroni! Uh, geil! Oh, ich glaub hier... Sollte man kühlen, glaub ich. Kann der Wagen noch einmal... Der kann nur einmal, glaub ich, oder? Ist das ne Traitorfalle, oder? Ja, ist ne Traitorfalle. Ich seh den Daumen da. Was machst du da oben? Was machen sie da oben? Ich hab mir hinzu geworfen. Ey, ich denk immer, das ist ein Scheiß-Ferber-Mensch. Jason, komm mal rein. Was? Komm mal rein, hier. Nein, 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 ich will das nicht. Ich will kein Sex. No Sex today. Oh, krass. Von wo, von wo sowas? Was ist ein Claire Voyant? Ach nee, das wär gut. Das mit dem Tester. Ich bin oben in der Scheibe. Wer hat identifiziert? Tobi. Nee, aber... Der Post has to touch the lights. Oh, nö. Schüsse, Schüsse! Schüsse, über uns, über uns, über uns, über uns. Schubi, Schubi. Schubi, okay. Schubi, okay. Schubi, was ist das hier für ein Gate-Mang? Hilfe. Oh, wer hat hier eine Miege platziert? Was war das? Von wo? Da war eine Turtle Mine. Eigentlich macht nur Tobi Turtle meins, ne? Bro, nein. Doch, die letzte... Nein, Bro, das wär so dumm. So eine dumme Argumentation. Wir können das deaktivieren, dann werden wir nicht mehr blind die ganze Zeit. Ah. Brauchen wir noch zwei, oder? Brauchen wir zwei, oder brauchen wir drei? Brauchen wir drei? Wie funktioniert das? Können wir einfach rumstehen hier? Ja, eigentlich nur rumstehen, aber brauchen wir drei. Oh mein Gott, jetzt haben wir mal zwei gereicht. Ah, ne, back on. Hä? Okay. Vielleicht ist auch einfach abgelaufen, oder... Das kann gut sein, da war nämlich eine Zeit oben drüber. Ah, irgendwo hinter mir. Tobi, Tobi! War so klar. Er hat die ganze Zeit auf den scheiß Kopf geämpft. Oh mein Gott, hab ich dich mitgekriegt? Jo Moin! Ich hab dich mitgekriegt! Jo Moin! Ich hab dich mitgekriegt! Jo Moin! Warum ist denn der huge? Er schießt! Jo Moin! Er war die ganze Zeit so sass! Nein! Tobi hat dich mit einer Thomas aus einem Meter Distanz umgenast, ey. Nein, 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 nein! Ich hab dich geäht! Aber der Trapper ist auch ein bisschen useless, ne? Ja, der Klaas kann irgendwie nichts. Aua! Ich war Among Us. Ich war der Rote. Ah, okay. Es ist gut, dass auch ein paar weniger krasse Rollen gibt, weil sonst ist es komplett abgespaced. Äh, Scareous finden wir grad komisch. Oh, das sind gestoppt! Ähm. Kann ich mir das aufmachen, damit ich nicht sicher bin, dass er rumlaufen kann? Wie ist er gestorben? Äh, ja, der ist einfach disconnected. Ja. Ich bin vorbei, ich schau auf mich, ey. Das ist schlimm. Warte, ich bin Detective, ich schau mal, was passiert ist. Hier ist jemand hingelaufen. Aha. Aha. Hör auf, den so rumzuschleudern, der der tote Typ macht Fußstapfen. Fußstapfen? Was ist echt? 3% der Pupers. Was? 30% geb ich auf Lukas. Was? 30% was? Jetzt hat ein Traitorfall durchgelesen. Hör auf! Das ist Marys! Gebt es mal! Ja, immer. Ja, ich glaub, das ist halt ein Traitorfall. 5 Euro auf Marys Kopf. Okay. Aber werde ich ihn wiederbeleben wie der Traitor, oder? Ja, aber... Ja. Versuch grad, sich Dinge anzusuchen. Ja? Verli? Verli, was war das? Verli? Verli? Ja. Verli? Verli! Verli! Weg von mir! Verli ist Feuer hinter dir! Ey, warte mal. Wir sollten mal die Achterhändchen bohren. Aua. Du bist... Du hast mich so hart begonnen. Oh, hallo. Sehr gut. Was? Der Hauptplatz brennt. Wir bleiben einfach hier. Nein, das war ich dafür, dass du es zu guckst, okay? Ja. Warte, warte, bleib du mal. Ich bin auf deinen Kopf. Warte mal. Steh du mal auf den Tisch. Ich versuche auf deinen Kopf zu steigen. Oder steig du auf meinen Kopf. Geht das? Ja, ja. Ich kann den weiterschieben, aber... Ja, sehr, sehr gut. Ich kann den weiterschieben, aber... Ja, sehr, sehr gut. Oh, shit. Kannst du auch selber auf den Bus? Nee. Wenn du welche springe? Nee. Ah, ja. Ah, doch. Ah, sehr geil, sehr geil. Kannst du rüber? Jetzt ist er weg. Er ist unter der Map. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr strong. Ich glaube, wir haben ja nichts gekauft, oder? Ich find's nicht. Was macht ihr jetzt hier? Was macht ihr noch für die Tower? Warum könnt ihr euch so hart vertrauen? Ich hab ihm gesagt, ey, wenn du Treader bist, bring mich um. Und er hat nur gesagt. Okay, das ist ein guter Guter. Der hat mich bisher auch nicht umgebracht. Er ist überzeugt jetzt. Habt ihr jemals eine Mindshuttle schon in dieser Runde gehört oder gesehen? Merkt ihr selber. Kann ich auch noch auf den Kopf steigen? Könntest du? Report Def. Report Def. Report Def. Wann vielleicht wenn ich ein Stück nach hinten gehe? Vielleicht... Nee, das geht. Hey, Schuvi, schau mal. Wollt ihr auch mal drauf? Ey, ich brauche Bernie! Kannst Bernie nicht so mal platzieren! Wollt ihr auch mal drauf drauf drauf? Ey, das ist eine falsche Trailerwaffe und wir sind alle weg. Ist doch egal. Okay, warte, ich guck auf. Wir sind alle in der Pyramide. Ich bin ein bisschen sehr verwirrt von meiner Rolle. Muss ich gleich... Julia? Wir drei gegen die drei, ey. Das ist ne Disco. Das ist ne Disco. Das ist ne Disco. Nein, wir sind auch da, wir sind auch da. Nein, nein, bei drei Leuten... Wir sind gute Tourner, wir schaffen das. Ja, 1.30 Uhr noch. Also wieder droben oben, hier am Hausdach. Ja, machen wir das. Die Pyramide besteht. Ich bin sehr verwirrt von meiner Rolle. Das muss ich nachschauen, dass ich doch irgendwie Trailer bin oder so. Wie denn? Ist egal, werden wir nicht mehr lange. Nächste Runde vielleicht wieder. Wir lütschen. Was ist das hier? Hä? Ich bin so verwirrt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was? Ich sag dir was, ich bin bei den Others dabei. Ich bin das eine Etage tiefer. Ich bin das eine Etage tiefer. Ich hab jetzt gar keine Möglichkeit, mich zu wehren, wenn ich jetzt schieße und mich Tobi. Was? Noll. Es gibt ne Rolle, Cannot Win? Noll. Ja, ich hab ein, 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 ein... Ja, es gibt keine Rolle, Cannot Win. Kann ich mit der Lupe die Schüsse abwehren? Das wär gut. Wir sind Tenderschläger. Das wär geil. Okay, warte, ich probier mal was anderes. Kannst du mir mal sehen, wenn jemand uns vorbeigelaufen ist? Also es gibt ja auch nur noch uns, die hier sind. Die beide unten und uns. Oh, 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 oh. Aber es muss ja wirklich vorbei sein. Eigentlich kann's ja wirklich nicht mehr lange sein. Hey. Aua. Hä? Ich hab meine Rolle gecheckt. Oi, what? Tobi hat seine Rolle gecheckt, naja. Und plötzlich ist jemand tot. Das ist ja seltsam. Okay, warte mal. Julian, du bist ja... Okay, innocent. Also, literally innocent. Tobi ist unten in der Kanalisation. Was gibt's in der Kanalisation? Tobi. 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 Jawohl. Restless, ah. Du sag, ey. Restless klingt so positiv. Aber du warst der letzte, weißt? Tobi, warst du einfach nur Amnesie? Ja, ich bin Amnesie. Du musst einfach nur Leiche anschauen, wie du bist. Hab... Ja, hab ich... 30 Mal? Achso. 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 Ah, ja. Jetzt funktioniert's. Ah, Julian, warst du in die Gang? Ja. Bist du jetzt tot? Ich glaube, du bist jetzt ernst tot. Nein, immer noch nicht. Anisek ist ja scheiße, wenn das nur über eine... Endlich. ...Defizit-Leiche geht. Tirolisch kannst du ja jemanden töten, seinen Roller einfach annehmen. Ja, aber das ist ja dumm. Ja... Er ist so semi. Hey, Detective, komm mal kurz. Ich möchte dir was sagen. Geht! Geht, actually. Voll gut. Das war ne wunderschöne Romme. Ich fand die auch okay. Ja. Bis Tobi's dann nochmal angeschaut hat.